Hallo, ich heiße Marco Jovanovic und ich bin Lokführer bei der Lederbahn. Heute möchte ich Ihnen meinen Arbeitsplatz zeigen. Jetzt warten wir auf Zug 69721 und dann müssen wir draufkuppeln und dann fahren wir von Schwandorf nach Regensburg. Alles ist knapp jetzt gerade. Philipp, bist du da? Zug Funka melden bitte. Ja, muss ich mal kurz abschlüsseln. Entschuldigung. Ja. Braucht ihr noch Max Hütte Heidhof? Ja. Nächste Station Max Hütte Heidhof. Heute bin ich von Mark Levitz nach Regensburg gefahren. Dann von Regensburg nach Schwandorf hat die Gastfahrt und musste ich diese Trialien vorbereiten. Jetzt verstärken und jetzt fahren wir gerade von Schwandorf nach Regensburg und dann muss ich noch von Regensburg nach Mark Levitz. Ich weiß, das ist ungefähr 320 Kilometer oder so. Der Vorsitzende von Eiferszynau. Einfach Vorsitzende. Nächste Station, da schießt ein Mitzel, Next Stop, Regensburg Hauptbahnhof, dieser Zug endet hier, Fahrgäste bitte alle aussteigen, wir verabschieden uns von den Fahrgästen, bedanken uns für die Fahrt mit der Oberpfalzbahn und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Philipp, kannst du übernehmen? Das war's. Das war's.